Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, bei dem du jederzeit unvorbereitet mitschmatzen kannst. Genau, es wurde uns gesagt, dass du schmatzt in den vergangenen Sendungen. Nein, nein, ich habe das festgestellt und ich habe mich selber nicht anhören können. Kannst du das mal machen? Das ist ekelhaft. Gut, Duschko wird versuchen, nicht mehr zu viel zu schmatzen. Hallo Duschko. Hallo Peter. Duschko, wie geht es dir? Du warst schon wieder auf Urlaub, diesmal in zwei verschiedenen Ländern. Ja, ja, in Spanien, in Barcelona. Hola. Hola. Ich höre jetzt nur das Schmatzen. Ja, ja, und in Trieste in Italien. Schön. Eigentlich interessiert es mich nicht so wirklich. Ich weiß, ich habe das schon gemerkt. Aber es sind beides Reisetipps. Schön. Also Spanien und Italien. Nein, es ist nicht so, dass es mich nicht interessiert, aber wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen und man merkt halt, dass Duschko viel unterwegs ist. Ich habe trotzdem einige Sachen auf meiner Liste, die ich besprechen möchte. Ja, dann fang an. Wir haben über Nirvana gesprochen und ich habe gemeint, es gibt ein Konzert auf YouTube, das war in Arena 1991. Ich glaube, ich habe Arena gesagt. Ja, ja, voll. Du hattest recht. Du meintest Szene oder so, oder? Nein, U4 dachte ich. U4, genau. U4, genau. Das ist ja mal in die Shownotes hauen, kann man sich anschauen. Wahrscheinlich eh voll scheiße, aber ja. Aber sie haben fünf Österreich-Konzerte gespielt. Weißt du, wo die anderen, ich glaube eins in der Kapo, mindestens eins, das hatten wir ja berichtet, eins in der Arena. Ja, wie gesagt, ich glaube auch U4, weil ich habe davon gehört einmal, aber ich weiß nichts. Na, fünf haben sie gespielt auf jeden Fall. Weißt du, ob Eminem schon mal in Wien gespielt hat? Also im Happelstadion war er sicher nicht. Warum weißt du das? Nein, weil das hätten wir mitgekriegt, oder? Eminem im Happelstadion. Na, Casameta wäre jetzt klein schon wieder. Nein, ich glaube nicht, oder? Weißt du nicht, weißt das du? Nein, es wäre komisch, oder? Weil ich höre seine Musik seit 20 Jahren, aber mir wäre es aufgefallen. Es gab mal eine Sache, es sollte mal so eine Hip-Hop-Sache, so einen Hip-Hop-Jam oder sowas auf der Donauinsel geben, wo auch 50 Cent hätte sein sollen und da hätte auch Eminem hinkommen sollen, aber die haben irgendwie, irgendwas haben sie verkackt und dann war es doch nicht. Aber ich glaube, Eminem war noch nie in Wien. Das glaube ich auch nicht, nein. Nein, wüsste ich. Aber warum? Ich weiß nicht, wahrscheinlich kohletechnisch. Geh bitte. Uninteressant. Ausverkauft, 100%ig, Stadthalle fix ausverkauft. Ja, dann hat sich niemand getraut, ihn zu booken anscheinend. Oder es war einfach zu teuer. Naja, Stadthalle ausverkauft, was ist denn der Stadthalle? 13.000 Leute? Naja, aber es ist egal, du hast halt, keine Ahnung, es kommt ja sonst jeder, auch Katy Perry, sonst die großen US-Stars. Und die werden nicht viel weniger kosten. Keine Ahnung. Oder es spielt nur Untergrundclubs, immer nur Flugwanne vom DJ gepuckt. Na, Flug oben. Flug oben, genau. Ja, so 80, 90 Leute, das ist eigentlich genau meins. Na, keine Ahnung, Eminem, warum noch nicht in Wien, ist mir nicht bekannt. Wenn es jemand weiß, bitte sagt es uns. Ja, unbedingt. Ich habe übrigens das Album, das du empfohlen hast, Kami Kaisi. Genau, du hast recht, ich habe immer so zwei, drei Nummern angehört und dann wurde es langsam so zu einem, naja, okay. Na ja, die vier Nummern sind gut, aber jetzt auch nicht herausragend. Nichts zum Fertighören. Ja, ja, es ist mehr so das Statement, das er so herausgebracht hat, ist viel eher das, was das ein bisschen besonders macht. Was anderes, was besonders ist, ist der Täubling. Du hast mir gesagt, ich soll mir der Täubling anhören. Ja. Hast du dir schon mal der Täubling angehört? Ja, das Video kenne ich. Also du meinst eh die Nummer der Täubling und die Nummer heißt auch der Täubling. Ja, okay, weil ich dachte, du kennst nur das Gesprochene vom Holunder. Nein, nein, mit Video ist es dann Weirdheitsfaktor. Kennst du das zweite Video? Nein, ich kenne nur die eine Nummer und das eine Video dazu. Der Täubling, der Täubling. Es gibt ein Video, das heißt Bams, das wurde veröffentlicht auf YouTube und auf X-Hamster. X-Hamster ist eine Pornoseite. Okay. Weil er mit vermeintlich seinem erigierten Penis eine Erdbeere zerschlägt in dem Video und dazu rappt. Das finde ich aber gut. Ich finde es sympathisch, es ist halt sehr ehrlich. Also ich habe mir dieses Album angehört, ich bin mir nicht sicher, ob der Typ weiß, was er sagt oder ob das irgendwie einfach nur Müll ist, der da rauskommt, aber es sind halt wirklich sehr lustige Sachen. Also gerade auf Instagram kann man schauen, da wurde so ein Snippet gepostet von dem, was Holunder vorgelesen hat und das sind halt irgendwie lustige Zeilen. Ich habe die Leiche von Jörg Heidahl, Seifer bei mir im Badezimmer und Jörg, ich wasche mich mit deinem Körper. Ja und vor allem dann dazwischen kommt irgendwas mit gießen meinen Birnenbaum und ernten meine Birnen und das gleiche glaube ich dann nochmal mit irgendeiner anderen Frucht, also in dem Täubling-Ding. Aber auf mich macht es schon den Eindruck, als wäre das ein sehr intelligenter Typ, der sich da irgendwie auch eine Gaudel, glaube ich, macht oder ich weiß nicht. Oder halt ziemlich wirre Sachen im Kopf hat und Spaß dabei hat, das rauszulassen in vorn vom Täubling oder so. Also irgendwie hat was, finde ich. Es ist halt lustig, weil das Album fängt an mit so Streichmusik, also klassischer Musik und dann kommt halt irgendwas und er sagt die ganze Zeit, du bist ein Penner, du bist ein Penner, du bist ein Penner und das auf Tautologien steht. Tautologien ist halt, dass man halt Wörter down wiederholt. Und dann hat er so Sachen wie, du hast auf deinen Socken links und rechts stehen, bist du doof oder liest du gerne Lrrr, während du im Klo sitzt. Ja, wenn du das auf Englisch rausbringst, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Dann ist es wahrscheinlich so. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne das Album nicht, vielleicht sollten wir heute ein bisschen reinhören. Können wir ja spontan dann irgendwas einschieben. Ja, fix das sollte man wirklich machen. Okay. Merk dir das, machen wir am Schluss statt der Wohlfühlecke, hätte ich gesagt. Ja, das ist eine gute Idee. Erzähl du mal, ich habe noch ein paar Sachen, aber erzähl du mal was. Nein, ich habe eh nur einen kurzen Einschub, weil du beim Schmatzen warst vorher. Wir haben Feedback bekommen. Weiß ich wirklich, es ist ein bisschen grindig. Egal, wir haben Feedback bekommen und zwar, dass eben Peter, ich oft stark sage und schön und das stimmt wirklich. Ich habe so auch ein bisschen darauf geachtet, ich sage uroft stark, wie hin zurück in die Zukunft. Ja, stark schon, schön. Ja, uroft. Schön. Ich habe mir eine Sendung angehört. So, schön. Schön. Und alles, was du erzählst, ist es, ja, ist schön. Früher war es ja dieses, an dieser Stelle, dass du mich immer verorscht und jetzt ist es schön und stark, stark und schön. Und ich glaube, dass das eine Letten von mir war, dieses an dieser Stelle und jetzt habe ich umgeswitcht auf eben stark und schön und du schmatzt viel. Okay. Schön. Gut, haben wir die zwei Sachen besprochen. Ja, nix. Ich habe mir gedacht, über den Urlaub brauchen wir nicht reden. Tusk, du hast irgendeine Liste, die er notiert. Dann trage vor. Du wolltest... Ah, sonst gar nichts, was ich beschämt habe. Oh ja, urviel. Ganz, ganz viel. Ich würde da gerne zum Beispiel gratulieren zum heutigen Tag. Also wir nehmen auf heute am 9.11. Und ich darf dir zu vier Tagen eigentlich gratulieren. Okay. Nur am 9.11. Und zwar Tag der Neonschilder. Geh bitte. Nein, das finde ich ganz cool. Das ist National Neonsign Day in den Vereinigten Staaten. Dann Tag der Totenschädel in Bolivien. Okay, ja, das ist... Ja, das kennen wir. Das weiß ich, ja. Genau, bolivianische Dia de los Natitas, glaube ich. So wie... Tag des ewigen Chaos, der amerikanische Chaos Never Dies Day. Und Tag der Erfinder. Du hast Post bekommen, by the way. Pass auf, bevor ich es vergesse. Und zwar hast du von einem Zuhörer was gekriegt. Wahnsinn, ich habe so viel bekommen. Das ist ja unglaublich. Ah ja, genau. Das müssen wir auch noch erwähnen, was wir schon bekommen haben. Das ganze Packerl. Von unserem lieben Ivan, glaube ich. Ich sage es, während du auspackst, verrate ich es dir. Weil wir haben ja in der letzten Sendung gesprochen über Lebkuchen. Und dann haben wir, glaube ich, der Mimi zum... Was heißt, glaube ich, wir haben der Mimi zum 60er gratuliert. Oh, das sagt man auch nicht. Das ist ein alter, der Dame. Naja, er ist ja noch jung. Stimmt. Also wir haben jetzt zum Geburtstag gratuliert. Und daraufhin hat sie sich sehr bei uns bedankt. Und versprochen, dass der Duschko seinen Lebkuchen bekommen wird. Und jetzt haben wir bekommen Lebkuchen... Wie sagt man das? Das sind fast so Ornamente. Handgemachte, ja sicher, was ist das, so 40 Zentimeter Durchmesser, runde Embleme quasi. Und zwar einen Peter- und Duschko-Lebkuchen. Und davon werden wir natürlich Fotos auf den sozialen Netzwerken veröffentlichen. Und jetzt... Voll unglaublich ist das. Ich weiß nicht, wie man das überhaupt technisch hinbekommt. Das ist echt... Das ist wirklich schön. Vielen, vielen Dank an die Spiele. Vor allem so mit eingesetzten Nüssen. Das schaut echt aus wie ein Logo zum Essen. Fast Schatz zum Essen. Ja, werdet ihr sehen, wir werden das in die Show-Notes rein tun. Vielen Dank nochmal. Es ist wirklich, wirklich... Ich glaube, ich kann es nicht essen. Ja, stark. Urschön. Was hast du denn bekommen? Wenn man Walter am meisten braucht, dann wird Walter zurückkehren. Steht hier groß auf einem Zettel. Und es steht... Sweet Duschko Praised Panierer Bussis Dubiosa Kollektiv Walter Bei-Hö-Books Sticker Geil Und by the way Kann Mauthausen Jan Karski auch uneingeschränkt empfehlen Besucht uns auf der Buch Wien und der Comic-Con Okay, es geht darum Der Ivan, der hat ja Da hast du schon mal drüber geredet über Bei-Hö-Books Ja, ich habe auch sowas zu Hause Also so ein Buch hat uns, glaube ich, schon mal geschickt Genau, genau Und da hat uns ein paar Sticker geschickt Und tatsächlich auch ein Buch Und das heißt Walter verteidigt Sarajevo Und ich denke mal, wegen dem Bezug zu Jugoslawien, den ich habe Hat er uns das geschenkt Und ich glaube, das ist nicht Walter Ich glaube, dass Dieter auch Walter genannt worden ist Also sein Codename war auch Keine Ahnung Also auf jeden Fall, das muss man jetzt mal sagen Es ist wirklich ein Zentimeter dick Mindestens Hardcover Ja, 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 das ist kein Comic, sondern eine Wie heißt das? Eine Graphic Novel, sagt man dazu Genau Richtig cool Richtig cool Die haben uns auch einen Bikepack-Katalog dazu geschickt Und anscheinend sind sie auf der Comic-Con und auf der Buch Wien Ja, da werden wir hinschauen Ja, schauen wir, wann das ist und dann besuchen wir uns Weil wir da schon eine richtige Einladung bekommen Ja, ich glaube, die muss man auch mitnehmen Ja Musst du dann fragen Ist das Edim in schwarzen und rosen ein Edding geschrieben? Passt Auf einer Vierzettel Ja, Ivan Richtig cool Vielen Dank, Ivan Extrem, jetzt darf ich nicht mehr stark Und extrem leibernd, dass du uns das geschickt hast Und der Duschko wird sich das auf seine Agenda schreiben Wenn man das so sagen kann Dass wir zur Messe kommen oder zur Comic-Con Mit der Einladung Voll Und die Graphic Novel werde ich mir auch gleich geben am Weg nach Hause Richtig geil Sehr stark Weil man gerade bei diesen Pseudomäßigen Am Anfang reden wir über irgendwas aktuelles Dreck sind Hast du Dave gesehen? Wahnsinn Ganz kurz, David Scheid war bei uns schon in der Sendung Ein langjähriger Freund von uns seitdem Und er war Dave zweimal Und zwar in der ORF Dienstagnacht Hat er einen Bumzur-Wachen-Skritt-Influencer gespielt Der 30 wird und irgendwie draufkommt Dass das Leben gar nicht so cheesy ist, wie es ist Ich weiß nicht, ob es das in der DVD noch gibt Ist das nicht nur eine Woche oder so? Bin mir nicht sicher Die zweite Folge wahrscheinlich schon noch Ja, ansonsten Irgendwer bitte zu leibernd sein Und das Ganze auf YouTube hauen Damit sich das alle reinziehen können Die das nicht gemacht haben Dave, einen lieben Gruß auf jeden Fall Mir hat es taugt Ich glaube, es hat sehr vielen Leuten getaugt Also der Haufen jetzt Follower auf Instagram Fast 3000 mittlerweile schon Und ich habe davon gehört, dass Leute sich zu Halloween als Dave verkleidet haben Wirklich? Ja Weil ich glaube, dass es so eine Geschichte ist Man liebt es oder man packt es überhaupt nicht Und das ist auch schön so Es ist halt ein bisschen seltsamer Humor Humor ist ja kein Humor Man muss irgendwie drauf stehen Wie du sagst Und mir hat es wirklich sehr gut gefallen Also ich will mehr davon sehen Und das entscheidet sich, glaube ich, erst nächstes Jahr Absolut Natürlich selber Meinung bilden Ich finde auf jeden Fall auch, dass es sehr sympathisch irgendwie das darstellt Was zur Zeit bei manchen Menschen halt lustigerweise abgeht Ist irgendwie so ein Hype halt Auf jeden Fall Und falls es nicht mehr in der TV-DK ist Kann man sich zumindest den Instagram-Channel anschauen Dave underscore Influencer Da gibt es Ausschnitte auch aus diesen Folgen Ist er nicht Influencer? Influencer underscore Dave Man kann Influencer Dave einfach suchen Okay, man findet es auf jeden Fall Gut, das war Dave Saul Leimann Dann, genau, das wollte ich dich jetzt kurz fragen Der Paul hat sich bei mir gemeldet Wegen der anderen Geschichte, zu der ich noch komme Und hat gemeint, ich wollte dich ansprechen Auf eine Letten von ihm Die der Duschko nicht packt Weißt du, was ich meine? Nein Verweig mal Überleg mal, es hat was mit Essen zu tun Naja, er hat das Dass man nicht in die Pommes greifen darf, oder? Nein, nein, nein Aber ja, Mackie passt schon Er hat es gesagt, er reißt immer die Verpackungen ein Ach ja, stimmt Was hat es damit aufgenommen? Ich weiß auch nicht Wenn man bei Mackie war Hat er immer die Papierverpackungen genommen So vom Big Mac zum Beispiel Und danach zerrissen Na, er hat mir irgendwas erzählt Mir das hat damit zu tun Dass sie angefangen haben Dann wiederverwertbares Oder Altpapier oder so Oder recyceltes Material zu verwenden Er hat es mir eh geschrieben Aber ich war zu faul Mir das aufzuschreiben Ich habe es auch nicht so ganz gecheckt Er hat nur gemeint Er zerreißt es immer Weil dann können sie es nicht wiederverwenden Oder irgend sowas Immer so ein ganz komischer Grund Und ich dachte Okay, passt schon Nein, ich glaube das Ich werde es nachrecherchieren Tut mir leid Paul Ich werde es auf jeden Fall aufklären Aber schön, dass er sich dazu bequemt hat Zuzuhören Ja, es geht überhaupt auch In Bezug auf Letten Gibt es einiges an Feedback Übrigens Weil wir gerade von Letten und von Paul reden Bezüglich Grippe Das habe ich auch schon ein, zwei Mal angesprochen Grippe oder Krippe? Nein, Krippe Krippe Krippe, die Influencer-Ding Na, die hatten wir jetzt schon öfter zum Thema Spanische Krippe, bla 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 Und ich habe gesprochen über das Darf ich kurz? Danke Ich habe gesprochen Ich habe ja gesprochen über diesen Tick, das ich habe Dieses Luftanhalten bei Fremden Wenn ich wo vorbeigehe Und die Babs war so nett Und hat recherchiert Dass das wirklich was bringt Nämlich wie Galileo hat sie das erfahren Galileo-Mystery? Keine Ahnung Wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich Und zwar dadurch, dass du die Luft anhältst Derjenige, der niest Haut ja wirklich vor sich eine Wolke Von kleinen Tröpfchen raus Und die braucht halt ein paar Sekunden Bis sich die ablegt Und deswegen ist das eigentlich Ziemlich praktisch Wenn man wirklich kurz die Luft anhält An dieser Wolke vorbeiläuft Und dann erst wieder einen Zug nimmt Das ist voll gut Weil ich habe das gerade heute erst gemacht Zwar nicht bei einem Schaß Sondern bei jemandem, der gehustet hat Ich habe von einem Nieser gesprochen Echt? Ich dachte damals ging es um einen Schaß Na, ist das gleiche Naja, gut, Schaß, das stinkt einfach nur Ich gehe nicht davon aus Dass da jetzt irgendwelche Kotpartikel oder sowas Auf dem Licht schweben Ich kenne auch niemanden Der sich über einen Schaß angesteckt hat Okay Nein, ich weiß nicht Ich werde einen Schaß angrippenkult Nein, wie auch ich meine Die wurden immer gehustet Und ich habe auch so lange wie möglich Luft angehalten Weil ich einfach Das war auch kein Das war auch kein Sondern Ja, und jetzt ein Nieser Teilweise siehst du ja richtig Was dort an Partikeln rausgefetzt kommt Also die Letten kann man beibehalten Weil es ab heute keine mehr ist Ja Soviel dazu Bleibt mal gesund Das ist ein Selbstschutzmechanismus für leer Ja, stimmt Und bitte in die Armbeuge niesen Wenn du musst und nicht in die Hand Habe ich jetzt auch gelernt Weil mit der Hand greifst du die Türklinken und alles an Und mit der Armbeuge greifst du gar nichts an Mhm Aber ja Es sind heute ein paar Sachen Die sind da zu hoch dabei Nein, es ist nicht zu hoch Ich überlege nur gerade Wenn ich mich Wenn ich jetzt niese Und es kommt vielleicht ein bisschen mehr mit Und ich niese mir jetzt in die Hand Dann ist es irgendwie Unangenehm Und ich kann da irgendwie so Noch relativ Unauffällig ein Taschenduch rauszahlen Und mir ein bisschen die Hand abwischen Achso, das weißt du Wenn ich mir in die Armbeuge niese Dann fahre ich dann mit meinen Armbeugen Nein, ich meine Es geht jetzt nicht ums öffentliche Niesen Okay Es geht darum Wenn es ein ganz normaler Nieser ist Zum Beispiel daheim Du bist allein Dann ist es logischer Einfach sich in die Armbeuge zu niesen Niesen als in die Hand Weil du müsstest dir die Hand Ja dann gleich waschen gehen Ja, aber das ist ja Na sicher Weil du greifst eine Türklinke an Der danach auch Zack, hat er es drauf Du gibst jedem die Hand Mit der rechten zum Beispiel Das ist ja notorisch Nein, nein, nein Das ist einfach logisch Das ist einfach nur Ja Okay Ich will sehen Dass du das nächste Mal In deine scheiß Armbeuge rein Ja, wirst du sehen Ich habe mir das angewöhnt Die letzten Wochen Ja, sicher Ja, genau Genau Ja, weil du mit dem Kopf Du kannst doch mit der Armbeuge Zum Mund gehen Du musst doch nicht mit dem Mund zu Das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen Der Duschko sitzt mir gegenüber Simuliert einen Nieser Und geht mit dem Mund zur Armbeuge So links raus Du kannst doch mit der Armbeuge Auch zum Mund gehen Mach es mal Ich mache mir ein Foto Schaut super aus Ja, das ist logisch Also ab jetzt bitte alle da draußen In die Armbeuge genießen Unabhängig ob links oder rechts Das ist wurscht Ja Du hast mich gefragt Ob ich mal Sachen aufgeschrieben habe Nein, das ist ein super Tipp Das ist ein Lifehack Noch was Grausliches zur Grippe Ein letzter Lifehack noch Angrotzte Taschentücher Vielleicht von der Partnerin Von Partner Oder von Freunden In einer WG Das ist bei mir was Wo ich immer geraust habe Muss es gar nicht Weil da sind keine Viren Die sind alle schon tot Habe ich auch nicht so gewusst Wirklich Also ein frisch angrotztes Mit einem richtigen grünen Oder sowas drin Nicht angreifen Aber am nächsten Tag Oder die Woche drauf Wenn du zaugst Aufräumst Und ein paar Taschentücher aufhebst Das ist alles schon kaputt Die sterben Noch ein Lifehack Man kann sie einfach Stehen lassen Ein paar Tage Dann wird das Taschentuch hart Und wenn es lang genug drin war Kann man es aufhalten Und dann wiederverwenden Ja, genau Wenn man sparen will Ja, das geht sich aus Wenn die Bakterien eh tot sind Dann ist es auch nicht klinik Das kann man dann bis zum Klopapier Weiterspinnen oder was Okay Diskutieren wir jetzt nicht Über Kacke und Rotz Okay Sondern viel eher lieber Über Sperma Was? Soll Das muss es immer irgendwie Nein, nur ganz kurz Ich habe über diese Szene Aus einem Film Oder vermeintlich Aus einem Film erzählt Wo Irgendes Flugzeug ist kurz Vom Abstürzen Und einer fängt An seinen Teil rauszuholen Und alle Binnen zu masturbieren Der Tesi Auch bekannt als MTFG Markus Teser Fußballgott Hat uns Darauf hingewiesen Dass es aus dem Film Mallrats stammt Stimmt Es ist aus dem Mallrats Und ich habe vor Dass ich diese Ich habe es auf YouTube Nicht gefunden Auf Englisch Und in schlechter Qualität Ich werde es rauskopieren Aus der Videokassette Die ich zu Hause habe Genau Und das ist auch VHS Nein Ich glaube Das wäre stark gewesen Ja Markus Teser Fußballgott Bekommt auf jeden Fall Eins von Duschkos Zweipach Hö Aber ich habe Dieses neueste Lied Von Slipknot angehört Das ist eine Metalband Und wenn ich das gemacht habe Bin ich drauf gekommen Dass ich mir einst Eine Videokassette Mit Videos Von ihnen geschaut habe Erkauft habe Zu Zeiten Wo es YouTube Noch nicht gab Eine VHS Mit Slipknot Ja stimmt Das gab es damals Ich glaube Ich hatte sowas Von Queen Amal zu Haus Von Queen Der Film soll schrecklich sein Habe ich gehört Martin H. hat geschwärmt Also nicht geschwärmt Aber ich glaube Er hat gemeint Ja Martin H. hat auch Keinen Geschmack Achso stimmt Dann macht das auch Wenig Sinn Der Freddy Film Ja Ja Mama hat mich eingeladen Jetzt den in zwei Wochen Zu schauen Erzähl mir bitte Wie sie ist Weil ich Ich habe ihn jetzt Nur auf FM4 gehört Und auf Eure Habe ich gelesen Dass es nicht gut ist Ich glaube Ich kann es mir Auch nicht vorstellen Obwohl ich glaube Ich habe eine Kritik gelesen Und da stand drin Dass sie es halt so Halten wollten Weg von diesem Nein es klingt jetzt blöd Wenn ich sage Weg vom seriösen Klassische Biografien Blablabla Aufziehen Sondern ein bisschen mehr Auf Action einfach Oder so Ist ja das eine Konzert Das riesen Charity Ding Damals zur Hand genommen worden Genau genau Die Konzertszenen sollen auch Super cool sein Aber die Geschichte Wird einfach nicht Tiefgehend genug gezählt Beziehungsweise einfach nur So die Highlights Die einfach da Komplett Ja aber Entschuldigung Massentauglich Das ist halt Als nächstes Kommerziger Aufzug Wenn es schon autobiografisch ist Dann Natürlich Aber ich glaube Dass die Quote passt Ja aber schaust dir an Und erzähl uns Ich schaue es mir an Auf jeden Fall Ich habe keine Ahnung Wie die Quote ist Das habe ich jetzt einfach mal so gesagt Weil mir Freddie Mercury Taugt Gut Ich werde mir das anschauen Und werde ich auf dem Laufenden halten Dann wollte ich noch fragen Weil wir vorher über diese Depperten Tage geredet haben Das Jugendwort 2018 Dass du gesagt Du schaust Wann das Ist das noch nicht Ich glaube nicht Wenn ich mich richtig erinnere Passiert das am 17.11. Okay passt Das heißt Also in 8 Tagen Nächsten Folge Wird uns Duschgut berichten Was das Wort wurde Obwohl dann könnt ihr es eh schon selber nachschauen Ja ganz kurz noch Funfact Ich habe es lustig gefunden Wir sind letztes Mal noch zusammengesessen Und haben darüber gesprochen Dass 100 Jahre Republik ist Und wir keinen Dau davon gehabt haben Sind dann aber zu dritt Mit dem Clemens drauf gekommen Dass wir alle drei checkt haben Dass 25 Jahre Dom Durbo ist Ja Und ich finde Ich finde das sagt irgendwie Ja viel über unseren Intellekt aus Wir sind einfach gestrickte Podcaster Im aktuellen Falter Gibt es eine riesige Über mehrere Seiten Lange Reihe Über 100 Jahre Republik Wo alles ganz genau aufgereiht ist Ja Wenn du es dir anschauen möchtest Schön Ich habe drüber geblättert Weil es mich einfach Sowas von nicht interessiert Das verfreut mich ja Für Österreich Was mich aber interessiert hat War dein Beitrag Zu Rapper Lesen Rapper Der mittlerweile veröffentlicht worden ist Ich habe es mir angeschaut Und ich habe es sehr sehr gut gefunden Danke Und man sieht auch im Video Dass es den Leuten sehr gefallen hat Ja ist gut angekommen Können wir da was einspielen kurz? Das weiß ich nicht Clemens Spielst du bitte kurz was ein? So 10 Sekunden oder so Okay ab jetzt Chris Kirkpatrick Die wäre auch noch wälzen Und zwar Ärger Sophia habe ich mal irgendwo gehört Und zwar Du stirbst so Dass du an einer exotischen Frucht An diesen Samen oder sowas erstickst Aha Also ein qualvoller Tod Ich deute das so weit Oder es heißt so viel Dass es ein sehr langes Und genussreiches Schönes Leben wird Ja aber das ist ja so An exotischen Früchten Naschen Das klingt schon wieder Irgendwie so negativ Ob ich mich an irgendwelchen Dingen bediene Die eigentlich für mich sind Ja so ein Die Eva war das Mit dem Apfel oder was Adam Ja 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 Werden das gegessen Diese Eva Eva Die Schwester Eva Hat diese Apfel Genommen und dann weg Kurva Wirklich Das ist das Bedrückt mich jetzt ein bisschen Muss ich sagen Ja ist ja wurscht Auf jeden Fall wirst du sterben Jetzt habe ich noch Feedback zu den Nur noch 24 Stunden Dann geht die Welt unter Ja Weil ich ja hier doch auch etwas So hingestellt wurde Das wäre ich der absolute Superfreak Nein du hast dich hingestellt Das wäre so der absolute Superfreak Ja aber zu Recht oder Also finde ich eigentlich So von den Wenn man jetzt nur die Argumente Gehört hat Was ich gerne alles machen würde Dann verstehe ich das Anzünden ist nicht so Ja also ich bin nach wie vor dafür Und habe auch gutes Feedback bekommen Also mir haben auch Leute geschrieben Zumindest einmal Spontan Blumenkisteln runterhauen Zweiter, dritter Stock Wären sie durchaus zu haben dafür Wer? Kann ich jetzt nicht sagen Okay Ja aber war so eine Runde eben Von Freunden und Bekannten Sich nicht mehr den Arsch abwischen War glaube ich auch zwei gesagt Das wäre mal das Erste Okay Das mache ich nicht mehr Das kann man auch so nicht machen Einfach Kommt auf der Auge Nicht so toll Naja Sich nicht den Arsch abzuwischen Naja wenn man eine Zeit lang zu Hause ist Man kann es mal versuchen Aber warum sollte man das machen? Naja weil es wurscht ist Fuck der will das Den Arsch nicht mehr abwischen Das ist ja urungenehm Und dann gehst Und das ist irgendwie so schmierig Und dann schwitzt vielleicht Na wei Ja Ich habe es ja nicht gesagt Ich glaube diese Mensch war noch nie auf einem Festival Okay Abwarten Das wäre auch interessant Ob jemand in den letzten 24 Stunden noch sich das antut Ein Festival organisiert Gar Oder es gibt so Übermotivierte Also richtig schön spontan Donauinsel Bühne Und Obwohl wer spielt denn da noch? Garage und so Alles ruhig Du weißt Okay Du weißt Entschuldigung Also man kann zusammenfassen Darf ich sagen Ich bin nicht der Einzige Der komplett auszucken wird Okay Ich habe noch genau eine Comicfrage an dich Weil du vorher über die Comics gesprochen hast Ich bin Comicprofi Die ja Grafik Novel heißt Grafik Novel Und zwar Dann weißt du das mit den Fingern sicher oder? Das habe ich erst vor Jahren irgendwie recherchiert Weil es mich interessiert hat Warum die meisten Comicfiguren nur vier Finger haben Warum? Weißt du das nicht? Ah Okay Weil es Also das was ich gesehen habe Ist einfacher zu zeichnen Weil fünf Finger Auf diesen kleinen Bereich In einem Comic Irgendwie schon zart ausschaut Das sind dann nur noch Linien Weil es ist ja alles mit schwarzen Outlines Umrundet Das ganze Max hat Und auch jeder Finger Ja aber wenn du das so anschaust Wie ein Batman oder Superman Comic Die haben sicher fünf Nein bin ich mir nicht sicher Also zum Beispiel Mickey Mouse Diese ganze Partie Donald Duck und so weiter Haben fast alle vier Finger Das zieht sich vor allem durch diesen ganzen Disney Bereich Nicht von Anfang an durch Aber irgendwann sind es draufgekommen Du kannst das viel Es geht ja um dieses Kindchenschema Du hast die große Augen Schau voll lieb aus Und dann sind eben Bei vier Fingern Hast du drei Hauptfinger Und die kann man dann Schön groß Globig Soft quasi malen Und bei vier nebeneinander Auf einem kleinen Bild Es schaut niemand Das ist dann vielleicht Schon zu vermenschlicht Nur so ein kleines Ich würde sagen Vielleicht hat es was mit der Entmenschlichung zu tun Kommen wir zum Pizza Taxi Ja Wir haben ja wozu aufgerufen Wir haben aufgerufen dazu Dass man herausfinden soll Ob man in einer Pizzeria Sich eine Pizza bestellen kann Und dann gleich mit dem Lieferanten Mit heimfahrt Um sich die Taxifahrt zu sparen Genau Ob die das machen Genau Und die Antwort ist sehr einfach Paul hat uns geschrieben Er hat das schon gemacht Er ist glaube ich Von Groß Enzersdorf Nach Probsdorf Oder Essling Oder sowas gefahren Und sie haben ihn mitgenommen Das war überhaupt kein Problem Ja okay Das ist aber Land Weil er hätte einfach Auch sagen können Fahrst mich hin Und er hätte ihn hingefahren Ohne seine Pizza bestellt Ganz sicher Warum sollte er das machen? Weil die Leute Nicht so wie in der Stadt sind Die sind nett zueinander Ja genau Am Land sind sie alle Na so ein Blödsinn Doch doch Nein Doch doch Sind nicht automatisch nett am Land Ich glaube das was ich jetzt aufnehme War auch am Land Und zwar der Stefan Hat uns das geschickt Er hat ein Interview gemacht Mit der Chefin von einer Pizzabude Bezüglich dieses Taxi-Dingsbums Lieber Eva Wenn ich bei dir eine Pizza bestelle Und von dir verlange Dass sie zu mir nach Hause geliefert wird Und dann auch noch mitfahren möchte Wäre das eine Möglichkeit? Ginge das? Also rein prinzipiell nicht Natürlich Es kommt darauf an Welche Person das ist Ob ich sie kenne Ob das ein Stammgast ist Und auch wenn es jetzt nicht so wäre Wenn er jetzt wirklich nach Hause fahren müsste Und er hätte jetzt keine Gelegenheit Dass er irgendwie nach Hause kommt Dann würde ich ihn selbstverständlich privat Auch nach Hause bringen Also wäre es quasi doch irgendwie möglich Obwohl es Wie ich herausfahre Eine kleine Grauzone ist Weil es eigentlich nicht erlaubt ist Genau So ist es ja Okay das Argument ist es Es ist dann eine Beförderung Einer Person Und damit wahrscheinlich rechtlich Nicht abgedeckt Bedeckt mit Versicherung Und so weiter Anscheinend genau Und da muss ich jetzt sagen Ja hast du recht gehabt eigentlich Weil das war glaube ich auch am Land Und sie hat eben gesagt Wenn ich den Zoo kenne Dann bringe ich ihn so heim Brauche ich jetzt nicht unbedingt Irgendwie Kohle machen Gut Was wir noch nicht gemacht haben Wir müssen noch dem Flo in Erlangen Einen unfrankierten Witz schicken Du glaube ich hast gesagt Du machst das Ja mache ich das Okay Schon Dann schreibe ich mir das gleich auf Und morgen Dann checke ich mir die Adresse Tu keine Franke drauf Kann man Franke sagen? Ne glaube ich nicht Das ist eine Briefmarke Keine Frankierung Unfrankierter Brief halt Gut Du schreibst dir das auf Inzwischen würde ich sagen Dass ich die Top 5 ankündige Bitte Und zwar machen wir jetzt Top 5 Wie haben wir das genannt? Ja Top 5 Momente Oder Situationen Oder Top 5 Male Wo ich Oder wo wir Komplett unnötig knell Wie man bei uns in Wien sagt Also Geld Marie Kohle beim Fenster rausgeworfen Penunzer Habe oder Haben Moneten Mäuse Fang du an Über Benjamins zu sprechen Ich fange an Und zwar Lustige Geschichte Du hast ja gemeint Wir sollen das so ein bisschen Nach Kohle Also nach Höhe Das Betragsstaffeln Ich habe es versucht Aber ich habe es auch Auf Unnötigkeit Okay ist auch gut Also wann habe ich Unnötig Geld ausgegeben Komplett unnötig Top 5 bei mir Eine Flasche Motoröl Und zwar mein Erstes Auto Habe ich dir glaube ich mal erzählt Da ist ein LKW drüber gefahren Dann habe ich ein zweites Auto bekommen Und zwar von der Oma übernommen So ein Opel Astra Picobello Garagen gepflegt Egal Habe auf nichts geachtet Es hat nichts geläutet Und war irgendwann in Kärnten Mit dem Autofahrt zurück Vertanken Und der Tankwart Sagt halt ja Ob er das Öl nachschauen soll Bla bla Weißt du Diesen Sicherheitscheck Da keine Ahnung Ich habe gesagt Ja passt Mach Und der zieht diesen Ölstab raus Und der war Da war nicht wenig drauf Sondern Staub Staub Staubtrocken Und er hat mich gefragt Wie lange ich schon ohne Öl fahre Und er hat gesagt Ja es hat nichts geleuchtet Also wahrscheinlich seit Wochen Also ich meine Ja unbedingt da Öl reinhauen Und ich weiß nicht Ich war damals 19 schätze ich 19, 20 Also komplett naiv Noch naiver als jetzt Und da hat man dann Eine Flasche Öl gekauft Hab das reinklärt Er hat nochmal gemessen Und gesagt Hey Junge Ich würde da wirklich empfehlen Kauft dann noch eine Also das muss mindestens da sein Und da habe ich Trottel mir dann gedacht Na hey Jetzt will er mir da irgendwas Jetzt soll ich auf der Tankstelle Sündteuren Blablabla kaufen Wenn ich jetzt Hunderte Kilometer gefahren bin Ohne Öl Dann werde ich es nach Wien Auch noch schaffen Macht Sinn Die eine Flasche reinklärt Ich schwöre dir Ich fahre dort raus Vielleicht einen Kilometer später Motor gibt auf Hinten fette weiße Wolke Kolbenreiber Motorschaden Auto kaputt Nein Ja und deswegen ist das für mich Top 5 Die unnötigsten Ich weiß nicht 14 Euro Die ich je für eine Flasche Motoröl ausgegeben habe Von den paar Tausenden Die das Auto noch wert waren Mal abgesehen Ich habe gedacht Das war jetzt so das Schlimmste Also gut Das Geld für das Auto Nicht ausgeben Okay na pass Ja mein Top 5 Die Flasche Öl Damals in Kärnten Auf der Radstätte Aber echt Big up an den Typen Er hat so recht Ich glaube es wäre wurscht Ich glaube auch Du hast ja eigentlich Geld gespart Du hast ja 14 Euro Da ging es wirklich um ein paar Meter Und dann kaputt Bitte Fünfer Meine Top 5 sind ein bisschen unspektakulär Aber sie sind sehr aktuelle Weil ich war jetzt in Toronto habe ich ja erzählt Und es war keine unnötige Ausgabe Aber es war eine Ausgabe Die mich ein bisschen geflasht hat Und zwar waren wir Nach der Veranstaltung Gegenüber In einer Bar Von einer Location Wo diese Sache stattgefunden hat Und es war Downtown Also mitten in der Stadt Und es war so ein bisschen Ein schickeres Lokal Und ich habe zwei Bier getrunken Habe die Rechnung bekommen 33 Dollar Das sind 22 Euro Wie viel Bier? Zwei Zwei Bier für 33 Dollar Ja genau Gnadische Dollar Das sind 22 Euro Die ich für Bier gezahlt habe Krügerl Krügerl ja Und ich habe es jetzt nur Deswegen rausgenommen Weil ich habe noch nie So viel Geld für Bier ausgegeben Also für ein Bier 11 Euro Ich war in Paris Habe in der Stadt 8 Euro ausgegeben Aber ich habe sonst noch nie In meinem Leben 11 Euro Für ein Bier ausgegeben Wirst du aber nicht mehr machen Nope 22 Euro Für einen Liter Bier Ja Okay Wahrscheinlich nicht mal Was Besonderes Ganz normal Das ist irgendein Bier Das Gute ist Ich war nicht so Deppert wie die anderen Und habe Cocktails gesoffen Weil die haben dann Irgendein Manhattan Oder so So zwei Fingerbreit Cocktail Um 30 Euro Ja Okay Einmal noch nie wieder Aber schwerst Unnötig Mein Vierer Super unnötig Ich glaube Es waren so 29 30 Euro Habe ich gezahlt Kurz vor Weihnachten 2017 Weil ich so einen Weiß nicht Anfall gehabt habe Gute Laune Und ich muss mir jetzt Irgendwas verrücktes Zu Weihnachten kaufen Pass auf 29 Euro für das hier Jetzt bin ich gespannt Und zwar habe ich mir ein Bild Ich muss mir diesen Pullover bestellen Weil das super Bad tasting Und crazy ist Und zwar habe ich 30 Euro Für diesen Scheiß Hier bezahlt Ja Das ist aber ein schöner Weihnachtspullover Ja Aber wann würdest du den anziehen Weihnachten Na Nicht wirklich Wo hast du den bestellt Alibaba Amazon Greif mir das Material an Wie giftig allein das ist Hast du den je angehabt Nein Kein einziges Mal Aber du kannst das Verwenden als Weihnachtsgeschenk Dieses Jahr Ah Stimmt Ja Schenkst Freemans Oder Der winkt schon ab Mit dem Finger Magic Zeto Ja schauen wir mal Auf jeden Fall Ja werden wir auch ein Foto davon posten Die erste Reaktion ist eigentlich Hey geil Ja weil es so Ja Sehr fläschig ist Farben Es ist halt ein Was ist es Ein T-Rex Der Laserspeit Laserspeit Eine Zipfelmütze aufhört Und das steht abgespaced 80er Jahrestel Merry Christmas drauf Mit Packern Und es ist halt voll bunt Und so Das bist sowas von 100% Nicht du Nein gar nicht Du bist meistens grau angezogen Oder hast einen Gedeing-Gedeing-Bulli Aber auf jeden Fall Nicht so ein buntes Ding Deswegen flasch mich ein bisschen Dass du dir übrst Ja es war so ein Anfall Aus kindlicher Freude Auf Weihnachten Man will ein bisschen verrückt sein Ich Fettrattl Gut Das ist auf jeden Fall Mein Vierer Danke Mein Vierer hat ein bisschen was Auch mit Motoröl zu tun Mhm Bist oft so bei Top 5 Ja Im weitesten Sinne Ich bin ja erst seit Wenigen Monaten Autofahrer Ich kenne mich noch nicht so aus Und wir waren jetzt in Italien Am Wochenende Und Ich habe getankt Und ich habe gewusst Dass Benzin ein bisschen teurer ist In Italien Aber ich wusste nicht Wie viel teurer Und ich gehe zur Tankstelle Und sie sagt Volltank Und ich frage noch meine Freundin Volltank Ja ja passt Und ich habe dann nämlich 65 Euro zahlt Für einen Tank Der Keine Ahnung Den ich zu zwei Drittel vollgetankt habe Irgendwie Dass die Italiener Oft nur so für einen Fünfer tanken Ja Oder für einen Zehner Weil die das was halt gar haben Weil halt ein voller Tank Dementsprechend viel kostet Voll Crazy Das habe ich jetzt Auf die harte Tour gelernt Ja Kenne ich Das war dein Vierer Ja Spectacular Einfach nur weil es sehr aktuell ist Schön Ah verdammt Jetzt habe ich es wieder gesagt Wäre ein neues Saufspiel Schön und stark Und Das Schmatzen Mein Dreier ist Wirklich jedes verdammte Mal Lotto und Euromillionen Sich einbilden Hey Dreier-Checkpot Und jetzt einmal ein Tipp Martin H. hat einmal Ein paar Tausender gewonnen Bei Euromillionen Ja toll Die Chance ist glaube ich Genauso hoch wie Vom Blitz getroffen zu werden Oder so Ich weiß nicht Wie viel würdest du sagen Hast du investiert In Lottoschein in deinem Leben? Naja Überschlagsmäßig Über das ganze Leben Überschlagsmäßig Ja nicht so viel Also auch Euromillionen kostet ein bisschen mehr Ich sage einmal Keine 50 Euro Okay Na dann Ich dachte schon Nein aber schwerst und nicht Ja das sind immer 100 Euro 50 bis 100 Euro Zurück kriegst du jetzt wahrscheinlich Ein 10er oder 15 Euro Nein nix kriegst Da gewinnst du beim Brieflos mehr Brieflos habe ich mal gewonnen 10 Schilling damals Wirklich? Genau gleich noch eins kauft 10er weg Das war immer der Kassel Trafik Weißt du diese Plastikboxen zum Reingreifen Komplett unentwickelt Ja das ist auf jeden Fall Zach Und genau Noch urbeinlich Habe ich mir auch notiert Ich habe mich einmal überreden lassen Zu so einer Spielgemeinschaft Am Telefon Ja da habe ich noch zu Hause gewohnt Glaube ich So mit 18 oder so Und es hat jemand angerufen Blöder geht es nicht Und hat mich dann echt in ein Gespräch verwickelt Bla 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 Und da spielen sie ja mit mehreren gemeinsam Das teilt sich aus Und so schnell habe ich gar nicht schauen können Das ist mir einmal passiert Wirklich ist mir sehr unangenehm Aber das ist eine richtige Abzocke Bist du deppert Und du musst dir vorstellen Du warst ein einigermaßen Mündiger Mensch Kann man sagen Einigermaßen mündiger Mensch Und diese Menschen nutzen ja Leute die nicht so Eigenständig denken können Oder nicht mehr Eigenständig denken können aus Tief Aber interessant Dass du da drauf reingefallen bist Ja sollte ich mal Gedanken drüber machen Egal Mein Dreier halt Mein Dreier ist Und das habe ich erlebt Gemeinsam mit Markus Teser Fußballgott Dem vielzeltierten Fußballgott Und zwar haben wir 75 Euro ausgegeben Für Wrestling Karten In der Stadthalle Und das war so Vor vier Jahren circa Urschlecht Das war früher geil Aber es ist ja jetzt Das war früher saugeil Also natürlich Man hat nie das Amerikanische gesehen Mein Vater hat mich mal mitgenommen Am Heumarkt glaube ich Otto Wanz Otto Wanz Da war ich glaube ich einmal Und dann habe ich gesehen Okay sie kommen nach Wien Muss man uns eigentlich was geben Und dann hatten wir Karten Es war in der Stadthalle Es war ausverkauft glaube ich Wir waren so weit weg Man hat wenig gesehen Aber man hat genug gesehen Um zu sehen wie fake es ist Ja Und ich war so enttäuscht Einfach 75 Euro Pro Person Ja ja Super Vor allem es war nicht nur Das Geld das ich da irgendwie Verbrannt habe Sondern es war auch ein bisschen Meine Kindheitserinnerung Oder das was ich Ja die hast du kaputt gemacht Die positiven Assoziationen mit diesem Sport Wenn man es so nennen will So Weg Ja Schön Na pass auf Auch was feines Zweiter Unnötig Kohle ausgeben Bei sich einbilden Man muss Kryptowährungen Meinen Wirklich ja 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 nur ein kurzes Beispiel Um das abzuschließen Also ich könnte hier noch Positiv aussteigen Ich habe Ethereum gemeint Vollkommen hinnig Ich bin immer der Der dort einsteigt Dass dir wenn du dir diesen Aktienchart oder was auch immer Anschaust Und das ist ganz oben Dann so ein Ja okay Und jetzt noch rein Trümmer geht es nicht Natürlich alles kauft Ist dir im Computer Zusammengestellt Und eben mit der Leistung Der Grafikkarten Irgendwie Kryptowährungen Gemeint Und ich glaube wirklich Es war so richtig Mit dem Tag Wo ich das begonnen habe Ist es nach unten marschiert Jetzt bin ich gerade dran Zu verkaufen Seit zwei Wochen Jetzt fällt es auf einmal Nimmer Also ich bin auch der Typ Der reingeht Es wird schlecht Ich gehe raus Und für alle anderen Passt dann wieder Klingt deppert Ist nicht so Aber so Fühlt es sich an Und ja nur als Beispiel Ich habe gekauft Eine Grafikkarte Also insgesamt zwei Eine kostet 419 Euro Ich habe heute eine davon Um 150 verkauft Also kannst du Zicker vorstellen Hochgerechnet auf einen ganzen PC Wie sehr sich das Zicker auszahlt Okay Du hast das Minus gemacht Durch die Grafikkarten Und die ganze Hardware Fettestes Minus Strom allein Übrigens Grafikkarte Ich habe noch eine um 150 Euro Danke Will haben Mailet euch Oh je Ja Soviel zu meinem Platz 2 Guter Platz 2 Mein Platz 2 ist All das Geld Das ich und meine Eltern Ausgegeben haben Für Wrestling-Karten Basketball-Karten Und Pokémon-Karten Das Wrestling ist ein Trauma Ja Die habe ich wirklich gesammelt Ich habe auch immer noch welche zu Hause Und Pokémon habe ich auch Ganz viel Geld ausgegeben Und vor allem All meine Kohle Als 11, 12, 13-Jähriger Ist in Basketball-Karten gegangen Wirklich? Ja Also so richtig Ich habe auch ein paar gehabt Aber Nein, nein So richtig fette Mappen voll mit den Dingen Und auch versucht So ein bisschen die teuren zu kriegen So SPX oder was Hast du das Zeug noch? Ja, ja Also ich habe nicht alle Ich glaube meine Mutter hat dann irgendwann mal So Sachen von mir weggeschmissen Aber ein paar habe ich noch Aber nichts wert, oder? Null Gar nichts Schade Und wenn man noch 30 Jahre wartet Wird nichts mehr, oder? Ich glaube nicht Ich glaube nicht, dass sich jemand interessiert Für eine Anthony Hardaway Für eine kaputte Glitzer Na gut, das hat man von vielen Sachen gesagt Also wer weiß Ich habe dann halt doch 11, 12 Aber dann nicht die Kohle gehabt Für die richtig, richtig Orgenkarten Weißt was? Wir hoffen einfach drauf Dass das verdammte Ethereum abgeht Und dann kaufe ich Karten von dir Ja Das ist eine gute Idee Dann steigt dann wieder komplett schlecht aus Okay Ich würde sagen, wir steigen kurz In den Aufzug hinein Und dann machen wir Die ersten Plätze Passt Das ist einfach so entspannend Ich liebe es Ich sagte, ich liebe es Welcher Film? Nackte Kanone Egal Wir kommen zum ersten Platz Mein Einser Das wurmt mich heute noch drüber zu reden Was glaubst du, Duschko Sagen wir, du willst nach Kreta fliegen Zwei Personen Wenn du früh genug buchst Um wie viel Geld kommt man da hin? Schon Juli, August Aber So mit Hotel Nein, nur der Flug Nur Flug Ja Pro Person Nein, für zwei Personen Für zwei Personen würde ich schätzen Es ist schwer zu sagen Ich habe jetzt gezahlt für Spanien Ich glaube 400 Euro Für zwei Personen Das ist aber voll okay Oder 500 Irgend so was 200, 250 Euro pro Person Ich würde schätzen 250 Euro pro Person Ja Ich glaube, dass es ähnlich ist wahrscheinlich Also so 300 300 bis 400 500 Euro Also für beide 500 bis 600 Euro, ja Okay, passt Ich habe zahlt 1200 Ja, richtig geil Ziemlich die dümmste Aktion Die man schieben kann Wir haben uns so Weißt du Zwei Wochen Oder drei Wochen Bevor wir das Ganze gemacht haben Einbietet Hey, nein Wir müssen jetzt noch weg Mitten in den Sommerferien Und wir haben es dann Gescheiterweise so gemacht Ich nehme jetzt die Wir-Form rein Damit ich nicht allein schuld bin Die Unterkunft rausgesucht Und dann Unterkunft Warum auch immer Gleich mal gebucht Und alles bestätigt Bezahlt Und dann drauf kommen Okay Flüge checken Und da hat es schon angefangen Irgendwie zu happern Das ist so von der Chronologie her Und dann ist es sich Nicht mehr anders ausgegangen Ich weiß nicht warum Wir konnten das nicht mehr stornieren Oder so Oder vielleicht haben wir das Gar nicht gedacht Und Weißt du Dieses Jack Felix Wie das auch alles heißt Kennt mich ja nicht aus Bei jedem Klicken Ist das teurer geworden Billig mein Und irgendwann haben wir dann Glaube ich Den Flug Pro Person Um Über 6 Ich glaube 634 Euro Das war wirklich so Nein Das kannst du nicht machen Wir können jetzt nicht Knappe 12, 13, 100 Euro zahlen Damit wir nach Greta fliegen Ja, aber was willst du jetzt machen Gebucht ist In Urlaub wollen wir auch Stornieren kann man wahrscheinlich auch nicht Und irgendwann Bevor wir zum Streiten anfangen Haben wir dann einfach gesagt Im Endeffekt So blöd es klingt Ist ja nur Kohle War es dann eh Wunderschöner Urlauber Urgeil Aber Bist du Na das packst du nicht Also wenn du das für 400 checkst Hättest du 800er noch ausgeben können Aber nein Ich bin für 370 nach Kanada geflogen Das ist jetzt nochmal so ein richtiger Nochmal reinbohren in die Wunde Wahnsinn Ja das ist kacke Deswegen Top 1 Also ich finde für einen Top 1 Ist es wirklich Bombe Super Top 1 Ja auf jeden Fall Ja genau Da kannst du nach New York Ja wirklich nach Kanada Für wie den 370 Ja du siehst Ja du siehst Nicht so ganz mein Ding Eher eben diese Bauernhof-Jungen Ja ja Aber der Urlaub war schön Der Urlaub war wunderschön Ja gut gegessen Gespeist Mehr Weniger Leute als in Gallipoli Und war richtig geil Muss aber dann auch für 12-13 Hunderter pro Flug Also ein Urlaub wahrscheinlich Um 3000 Euro Für eine knappe Woche Greta Schon drinnen sein Ja das ist ein würdiges Top 1 Deine Number 1 Bei mir auf Nummer 1 ist Zähne Zähne? Zähne Deine eigenen Zähne Ich habe sehr sehr hinnige Zähne gehabt Bei uns ist es in der Familie Überhaupt alle haben kaputte Zähne Aber ich hätte viel verhindern können Wenn ich früh genug zum Zahnarzt gegangen wäre Beziehungsweise Aberge Oft genug Ich habe tausende Euro in meine Zähne schon investiert Tausende? Tausende Und ich hätte zigtausende schon investiert Hast du es in Österreich machen? Oder Ungarn? Oder Haller Haller Es hätte mich noch mehr kosten können Hätte ich gerne dazu Das ist Satire Ja Ich satire, genau Ich habe wirklich tausende, tausende Euro Habe ich in Österreich machen lassen? Ja, ja Okay Kenn mich aus Aber für die tausenden Euro War das immer so auf Etappen? Oder warst du dann irgendwann So ein ganzes Package gemacht Und warst innerhalb von einem Jahr Achtmal dort oder was? Achtmal In einem Monat war ich vielleicht achtmal dort Wirklich? Mein Zahnarzt hat dann irgendwann gesagt Fünf vor zwölf Und dann gesagt Okay, passt, machen wir Und dann habe ich das über Wochen, Monate War richtig alles kaputt oder wie? Nein, nicht alles Aber ich habe schon einige Implantate Mit 30 Verdammt Dafür ist jetzt alles tiptop Ja, ich wollte gerade sagen Unnötig nicht im Sinne von Ich habe jetzt genug Oder gesunde, schöne Zähne Gesunde, schöne Zähne Aber unnötig Weil hätte verhindert werden können Ja, also nicht alles Weil eben Ich glaube, das ist ein bisschen Veranlagung Falls das überhaupt geht bei Zähnen Weiß ich nicht Oh ja, sicher Haben bei uns alle das Problem Nur ich hätte einfach wirklich viel, viel früher Schon zum Zahnarzt gehen können Und einfach Sachen verhindern können Die, ja, unnötig waren In diesem Fall Selbst schuld kein Mitleid Auf jeden Fall Was sagt Stippe? Ruft den Flo an Gut, wir probieren den Flo an Zu erreichen Schönes Top 1 auf jeden Fall Vielen Dank Wir haben auch so schöne Sticker bekommen Von Ivan bei Höbux Vielen Dank Kann man gewinnen Kann man alles gewinnen Mein Pullover auch Vielen Dank nochmal für die Sticker Und die Graphic Novel Ivan Sehr, sehr cool Chvala Brate Hallo Hallo Florian Wie geht's dir? Mir geht's ausgezeichnet Den Duschko geht's auch gut Er hat Lebkuchen bekommen Bist du gerade Essen? Geil Nein, ich schaue nicht drauf hin Ah, die Wiederholung Genau, die haben wir gestern gespielt Weil heute Freitag ist Da haben wir ihn den Lachen Flo, erzähl mal einen Witz bitte Wie nennt man einen bekisften Asiaten? Also ein Wietnamese Nein, du Ich habe letzte Woche seinen Gott wieder erzählt Ja, stimmt Vor zwei Wochen, ja Ich habe noch ein paar mehr Wie nennt man den griechischen Gott der chaotischen Unordnung? Ich weiß es nicht Zeugs Geil bitte Wie nennt man den altarabischen Gott des Projektmanagements? Mach du mal Mach du mal Der ist mies, richtig mies Der ist richtig gut Ähm, der ägyptische Gott der Verwunderung Ägyptische Gott der Verwunderung Mh, kein Dunst Nanubis? Bitte Warte, wäre es noch besser Wer ist der griechische Gott der Paketdienste? Der griechische Gott der Paketdienste? Ja Keine Ahnung Apollon Apollon, okay Und der letzte, der nordische Gott der Ungeduldigen? Der nordische Gott der Ungeduldigen Keine Ahnung Hammerspalt Hammerspalt Flo, jetzt geht aber wieder was, gell Im Repertoire Ja, wie gesagt Der zwei-Wochen-Takt ist doch ganz angenehm Hast im Internet nachgeschaut, gell? Ja, voll Flo, schön, dass du wieder da bist Für alles, was du für uns getan hast Wollen wir uns bei dir bedanken Und wir hören uns in zwei Wochen Okay, bis dann Tschüss Tschüssi Ja, schön, harmlos Ja Aber zwischendurch dann Ja, Flo, der kann ja auch mal nicht so extrem sein Sicher, sicher Ganz witzig Ja, dann haben wir eigentlich nur noch unsere Shoutouts zu machen Influencer-Dave Abchecken und hoffen, dass das irgendwann bald in Serie geht Am ORF Es gibt von unserer Seite jetzt nur noch zu sagen Wir freuen uns sehr auf Weihnachten Wir werden wieder die Töpfe spielen Davor hören wir uns aber noch mindestens ein, zwei Mal Zwei, drei Mal wird sich noch rausgehen Ja Duschko, schön, dass du da warst Es gibt keinen Reisetipp, den hatten wir schon Es gibt keine Kuschleck, weil du fühlst dich eh wohl Ja, und von mir aber trotzdem noch mal Unterstreichend Ein Dankeschön an Mimi und an Ivan Für die schönen Geschenke Genau Und allen anderen, die mitgemacht haben Ob es ums Pizza-Taxi geht Oder um was auch immer Ist uns wurscht Macht Party mit Peter Dafür ist sie nämlich da Clemens, danke hinter der Scheibe Egal, dass dich die Hälfte wieder nicht interessiert hat Bis zum nächsten Mal Euer Peter Ja, hallo, da ist Kai-Uwe Peter und Duschko haben vergessen Das Filmzitate-Rätsel aufzulösen Das war natürlich Ein Fisch namens Wander Ich wünsche euch alles Gute Bis zum nächsten Mal Tschüss Euer Kai-Uwe Ich wünsche euch alles Gute